Hey, was geht ab? Ich zeige euch mal den Zaun, den man hat, einfach wenn der Wagen warm ist und einfach ganz normal im Stand. Keine Ahnung, ob mich man sieht, ob man den Ausflug sieht. Bisschen dunkel geworden, aber ich dachte, ich hänge das einfach jetzt mal an. Ob ich das Video verwende? Keine Ahnung. Vielleicht mache ich noch ein zweites Video, aber erstmal hört hin. Ich stecke das Mikro mal in den Auspuff rein.